Hallo zusammen, hier sind Nurx und Duplo. Heute mit einer neuen Challenge. Es geht um Waffen. Genaueres dazu erklärt euch Duplo. Und zwar dürfen wir heute tatsächlich nur die neuen Waffen benutzen, die in der neuen Season, also Chapter 5, Season 4 reingekommen sind. Wir dürfen aber auch die Waffen benutzen, die jetzt in vorherigen Seasons drin waren, aber jetzt erst neu reingekommen sind. So wie zum Beispiel diese hier. Und die tatsächlich auch. Wir hacken auch einmal direkt die Zugkiste, denn der Zug ist natürlich wieder zurück. Auf jeden Fall schauen wir mal. Was hat sich denn so auf der Map geändert in der neuen Season? Wir schauen erstmal welche Waffen wir haben, dann schauen wir uns einfach einmal die tolle neue Map an. Diese Waffe ist auch neu, die dürfen wir auch benutzen. Auf jeden Fall schnappen wir uns hier erstmal die Kisten. Hä? 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 Was ist das denn? Warum bewegt die sich mit? Warum ist das so? Die bewegt sich mit? Das muss die Anziehungskraft vom Zug sein. Ja. Wir lassen die jetzt da. Ich? Komm, bitte ist hier ein Auto. Ja, da ist ein Auto. Dann steigen wir hier auf jeden Fall einmal aus. Und holen uns einmal schöne Waffen. Wir fahren jetzt einfach mal mit dem Auto weiter. Was ist das für ein Auto? Ich weiß nicht, ob ihr es schon gewusstet, aber wir haben das neue Flugauto im Spiel. Oh, da haben wir doch auch schon direkt einmal eine Doomkiste. Mal schauen, ob wir dort etwas Gutes drin haben. Ähm, ja, 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 wie sieht es super aus. Aber war da nicht noch was Gutes? Oh Mann. Oh nein, ich sterbe. Was, was hab ich für ein Aim? Was war das für ein Aim? Bewertet mal das Aim, was ich gerade hatte von 1 bis 10. Wär mir was Neues. Ist auch mal eine schicke Idee gewesen, wenn man dann mit dem Telefon zum Sterbens-Rekro-Tweep-Rekro-Bot anrufen könnte oder sowas. Schreibt mal in die Kommentare, ob ihr den Cybertruck in Fortnite schön findet. Wenn da jetzt einer drin ist. Wenn ich mir das Auto als echten Wagen vorstellen würde, so ein klotziges Ding möchte ich nicht haben. Aber als echten, in Fortnite. Wie findet ihr den Wagen in Fortnite? Ich finde den auch in Fortnite hässlich. Aber das, wie schon gesagt, schreibt mal in die Kommentare, würde mich auch interessieren. Und wir können uns hier einmal einbeschützen und Editier-Skills. Oh nein, Steps. Geh doch vom Bunker weg, wenn der reingehen will. Oh! Und Editier-Skills. Oh nein, Steps. Wenn der reingehen will. Oh! Habst du ihn gerade one-shotted? Boah, das war ein Schuss. Hör mal, der ist gut. Ja. Also das war ein Schuss. Das wird auf jeden Fall ein Highlight. Ja, in dieser season. Was soll das sein? Solarpanels? Ich hab Scha... Oh mein Gott, Scheiße. Nein. Boah, ich muss mich heilen, kurz, bevor ich kämpfen kann. Bitte jetzt kurz mal in Ruhe lassen und nicht jetzt irgendwie zu mir empfylsen. Oh, der hat gescannt. Boah, das war so schlecht. Boah, das war so schlecht. Boah, nein. Nein, 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 nein. Ist da ein Auto. Da muss jetzt ein Auto sein. Ich bin jetzt tot, wenn da jetzt kein Auto ist. Das ist kein Auto. Hier hin. Ja, doch, da ist ein Auto. Oh ja. Nimm mal schnell das Auto. Nein, ich bin gescannt jetzt auch noch. Ich bin gescannt. Aber ich glaube, ich werde das schaffen. Sollte es nicht in seine Richtung fahren, der springt hier da rein. Ich hau jetzt einfach ab. Und besser ist. Er kann nichts gegen mich machen jetzt, wenn ich abhaue. Und wenn du dich hinlegst, du schlägst schon. Ich muss mich gleich heilen erstmal, bevor ich irgendwas weitermache. Aber gleich können wir vielleicht mal zur Tankstelle gehen. Ich werde mal umgucken, ob der Dez gefolgt ist. Ich glaube nicht, dass er noch da ist, oder? Also, auf jeden Fall werden wir gleich nochmal zur Tankstelle gehen, wenn das Medaillium da weg ist. Weil das sah schon so aus, als ob da ordentlich Loot liegt. Ich würde sagen, es ist Zeit, dass wir rüber rotieren können. Oh. Okay, der ist einfach vorbeigefallen. Die hat es gar nicht interessiert. Okay. Bitte Heilung, sonst nehmen wir die Impulse da mit. Ne, sonst nehmen wir das hier mit. Oder? Impulse oder? Ja, die Waffe ist schon stark, ne? Und die Zone rotiert und wir haben hier einen Gegner. Oh nein. Ich habe Angst vor ihm. Achso, wenn der jetzt nicht sauer ist und einfach alte 4 drückt, dann weiß ich auch nicht mehr. Ich weiß nicht, soll ich einen Biggie trinken? Ich mache es mal, ich habe drei Stück. Oh. Oh, 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 verdammt. Komm, komm, den Biggie ausnutzen. Und noch einen trinken. Oh nein, danke. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Oh, danke. Wie sieht es von dem Auto aus? Das war jetzt richtig doof. Und ich könnte jetzt halt direkt noch einen trinken. Wir können jetzt halt uns sicher sein, dass uns jetzt keiner von hinten... Ach, oh nein, das ist ganz schlecht gerade tatsächlich. Wenn der wahre Unternehmen vielleicht auch nicht getötet hat. Oh. Der Gegner ist wohl dieses... Das, ähm, würde ich tatsächlich... Da. Da ist er. Okay, wir haben leider keine Raketen mehr. Achso, er muss... Der muss jetzt abhauen. Ich gehe jetzt auf. Oh nein. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Boah, nein. Boah, das ist ganz schlecht. Aber er ist halt so One-Shot. Oh nein. Okay, ich bin tot leider. Nein. Er war One-Shot von einer Rakete. Und auch mit der schlechten Waffe gekillt. Egal, immerhin zweiter Platz. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Challenge fandet. Und schreibt mal in die Kommentare, wie ihr die Challenge fandet.